Kennen Sie einen Ort, an dem Sie mit Gleichgesinnten Spaß haben? Ehrgeiz entwickeln und Hobbys teilen? Wo Sie sich fallen lassen oder Luftsprünge machen können? Wo Sie schwere, aber auch leichte Aufgaben bewältigen? Wir kennen diesen Ort. Mitten in Diesbeck ist seit 1927 der DTV beheimatet. Den über 1500 Mitgliedern werden in neun Abteilungen viele verschiedene Sportmöglichkeiten angeboten. Alle neune beim Kegeln. Im Gleichschritt beim Zumba Muskelaufbau im Kraftraum Judo – ein Sport für Körper und Geist Ausdauer bei der Leichtathletik Kraftvoll durchs Leben mit Gymnastik Reaktionsschnelligkeit beim Tischtennis Spaß beim Kindersport Erholung in der Sauna Schlagkraft beim Taekwondo Zusammenhalt beim Fußball Zusammenhalt beim Fußball Ölgäu 조gowe Sie Wir sind Sie L Beweglichkeit beim Fitness-Mix Zu guter Letzt Körperbeherrschung beim Turnen Und nach dem Sport gesellig sein bei gutem Essen und erfrischenden Getränken Die TV Diesbeck – ein Verein, viele Möglichkeiten